Es ist immer eine verwesende Leiche von Dali-Issapathia. Traum? Dass wir hier sind. Von wem? Von ihm. Wenn er nicht hier ist, können wir kein Traum sein. Streng ist es sehr unmöglich, weil alle Menschen in Traum sind eine Repräsentation von die Treue. Ja, das habe ich ihm auch gesagt, dass ich nur eine Facette bin. Aber er hat es vehement abgestritten. Was suchen Sie? Ich weiß es nicht. Aber er schon, glaube ich. Bitte. Und Helm, Sie sind in Arbeit, ja? Das Wetter, wir essen zu Abend, mehr als Früchte. Wir knacken die gleichgültige Schale von Hummer und Krebs und essen das erstaunte Fleisch. Später, morgen, im Grauen, im Licht, überhoffende Sonne von Primrose hier. Ich gebe Ihre Achselöle durch meine Augen in die Historie. Gehört es für Sie dazu, mit Ihren Modellen Liebe zu machen? Oh, no, no, no. Manches Mal, Sie machen Liebe zusammen, aber Dali ist auch nur so. Ist das ehrenwert oder traurig? Oh, bitte, keine Versuch von Dali zu verstehen, ist einzig seine Aufgabe. Glauben Sie mir, ist es sehr difícil. Sie mögen es nicht, berührt zu werden, nicht wahr? Ich habe es vorhin bemerkt. Es macht Angst, Sie wehren sich. Bitte, bitte, ja. Machen Sie mit Ihrer Frau Liebe. Oh, früher habe ich gemacht, aber auch nie mehr. Wieso? Das letzte Mal, mein Liebermacher mit meiner Frau, Dali, auf die Klimax von seiner Passion, er schreibt Namen von anderen Personen. Die von Ihrer Glied? Nein, meine eigene. Gana, meine Frau, aber sagt, ist er fertig und geht ficken, Fischernmann. Macht Ihnen das aus? Gana, ich habe mit der Anna, ich liebe Sie, sie ist alles vor mich, aber ich kann er nicht, lassen Sie mich berühren. Immer ich ja hasse es, berührt zu werden. Ja, ich auch. Ist er wachlich? Ja, aber im Gegensatz zu Ihnen ist es für mich schmerzhaft. Berührung. Nein, nicht berühren. Ich hoffe, dass das nicht mein ganzes Leben so bleibt. Ich hoffe, das ist es für mich. Wie war für Sie? Wunderbar, danke. Haben Sie auch Knochen gespürt? Ist ja genug Sex für Dali. Wie diese grauenhafte Millionen machen, um grässliche Kinder zu kriegen, mit Saugen und Stausten und Körperflüssigkeit rein und raus, Dali wird dann nie verstehen. In einer schönen Frau ist immer verwesende Leiche von Dali Isapar.